Ich bin Harina, ich studiere und arbeite nebenbei als Flugbegleiterin. Ich bin gerade so am Ende meines Studiums und mache gerade ein Praktikum im Bereich User Experience Research. Ich habe tatsächlich nie geplant Flugbegleiterin zu werden. Ich bin von meinem Auslandsaufenthalt in Thailand zurückgekommen und habe ein bisschen Fernweh bekommen und habe mich tatsächlich daraufhin als Flugbegleiterin beworben.